Hallo zusammen, mein Name ist Chase Romero. Ich befinde mich hier im La Kutz, das ist das Langenthaler Kulturzentrum. Und das, was ich mache, ist eine ganz fette Sache. Sie investieren sich hinein für Musik, für Kultur, für verschiedene Bereiche, um die Jugend zu animieren. Vielleicht auch von der Strasse wegzukommen, etwas zu machen. Jetzt ist es so, wir haben das Problem, sie haben die Bewilligungen weggenommen, also weg. Hier kann man sagen, wo man hier Konzerte machen kann, man kann auch nicht mehr üben in diesem Bandraum. Und das ist recht schade, weil wir doch eigentlich etwas für die Kultur machen und fördern. Und ich bin völlig gegen das Zeug, das hier der Staat macht. Weil ich finde, es ist wirklich eine coole Sache, die ich machen kann. Ich habe hier schon ein Konzert gegeben mit einer Liveband. Ich konnte mit einem Videoclip drehen, den ihr dann nächstens noch sehen könnt. Und ich finde, wir sollten unsere Stimmen erheben und etwas dagegen machen. Nicht schweigen, sondern aufstehen und wir müssen dagegen ankämpfen. Ich sage nicht auf Aggression oder so, sondern verbal, aber wir müssen so etwas machen. Das ist meine Meinung, mein Name ist Chase Romero. Peace. Schon so.